Da hab ich fast runtergesprungen. Na komm. Das ist weit genug. Haha, perfekt. Oh mein Gott, ich hab ja richtig was drauf. Ähm, so good. Gut, ähm, okay. Dieses Rätsel war nicht so schwer, wie ich das damals dachte. Ich weiß es aber trotzdem nicht mehr. Hier hab ich lange, lange dran gehangen, glaub ich, mich zu erinnern. So. Na. Einmal bitte hoch. Ich glaube, das war so einfach. Ich glaube, das war einfach zu simpel. Ja. Ich weiß auch noch, wie es geht. Tja, jetzt hätte man halt eben die Kiste noch nicht da haben dürfen. So, komm. Zieh das Ding doch einfach da drauf. So, das sollte jetzt eigentlich das Ding aufhalten. Ja, Mann. Sehr schön. So, ich weiß jetzt noch nicht genau, wo müssen wir mit dem Ding... Ach ja, genau. So, dann einmal bitte das. Perfetto. Oh Gott, jetzt muss ich schnell sein. Perfetto. Oh mein Gott, ich hab ja doch noch richtig Vertrauen in mich selber. dass ich das kann. Ja, wie gesagt, wir hüpfen und springen uns hier jetzt durch. Der Countdown läuft. Bis Neujahr. Ja, er schlagt mich. Ist okay. Ist vollkommen in Ordnung. Das war terribly, terribly falsch. Terribly, terribly falsch. Komm, töte mich. Tja. Das war's mit mir. Ja, komm. Ich gehabt nicht ewig Zeit. Meine Abonnenten auch nützt. Oh, lauf durch. Und jetzt schieb das Scheiß. Fuck. Nein. No. Okay, Kippchen an. Das ist alles kein Problem. Alles in Ordnung. Ich kann das. So. Wir müssen das jetzt in verschiedenen Zeitabständen einfach machen. Dann passt das schon. Komm, 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 komm. Nein. Noch eine Millisekunde länger. Verdammt. Allalala, allalala, allala, 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 allala. Und jetzt. So. Jetzt komm ich aber nicht mehr drunter durch. Schieb das Scheißding. Schieb, 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 schieb. Sehr schön. Spring. Perfekt. Gott, das hier ist schon richtig crazy Machines für, ähm, für Fortgeschrittene. Da ist irgendwas weggekrabbelt. Klingt auch nicht so toll. Gut, sind wir jetzt wieder im Wald? Auf jeden Fall sind wir wieder irgendwo draußen, glaube ich. Oder auch nicht. Doch, wir sind wieder irgendwo draußen. Hüah! Ah, verdammt. Okay. Okay. Lab dich wieder an der Leiche. Komm. Ganz langsam laufen. Wie war das noch? Die, ähm, so Mücken konzentrieren sich immer nur auf eins. Oder zwei Sachen gleichzeitig. Gut, wir latschen jetzt ganz langsam dahin. Sprint Time! Huah! Nein! Fast! Hätte dich fast erwischt. Scheiß Moskito. Okay, ein bisschen später lossprinten. Muss ganz langsam laufen. ganz langsam laufen. Töten willst du mich ja nicht? Sprint! Ha! Du wirst mich nicht los! Nein, 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 nein! Ratsch! Aua! Tut mir leid! Gut, was haben wir hier? Wir haben ein bisschen Soundtrack im Hintergrund. Wir hören auf jeden Fall was. Ah ja. Da muss was schweres drauf. In jedem Fall. Mal sehen, was uns hier hinten erwartet. Gut, wir brauchen auf jeden Fall da unten irgendwo eine Kiste. Wäre halt gut, wenn wir sowas finden würden. Gut, die müssen wir irgendwo hier hin erstmal schieben. Oder beziehungsweise, Moment. Bei mir habe ich so das Gefühl, jetzt müssten wir erstmal hier hochklettern. Und uns dann hier was suchen. Ach ja, stimmt. Gut. Ach, warte. Erstmal hier übernehmen. Hier bis zum Get nicht mehr heranschieben. Hier bis zum Get nicht mehr heranschieben. Und das Ding aktivieren. Dann kommt hier nämlich ein Reifen. Ein Reifen, den wir gut gebrauchen können. Uh, Beeilung, 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 Beeilung. Und drüber. Nein, der fällt da durch. Natürlich. Mist. Muss noch ein bisschen besser planen. Okay. Wir machen das jetzt anders. Komm, 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 komm. Perfekt. Alles okay. Jetzt roll das Ding. Ups. Schieb das Ding. Ups. Perfetto. Jetzt fällt es da durch. Nee. Runter, 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 runter. Gut, jetzt geht es wieder ums Schnellsein. Na nun, komm. Der Reifen rollt. Viel zu schnell. Gut, wir schieben ihn ran. Und dann kaufen wir uns ein paar Millisekunden. Millisekunden! Hätte mir fast meine Hand zerquetscht. Ach, hör auf. Das war ja doch richtig. Ich Idiot. So, den schieben wir jetzt dahin. Dann hier. Müssen wir nur warten, bis er wiederkommt. Idiot. Ja, man sollte dann natürlich auch da oben stehen. Ah, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Oh Gott. So, ranschieben. Drüber springen. Taka. Wir geben ihm noch einen ordentlichen Pusch mit. So, jetzt haben wir ihn mal in die Kiste da runter geholt. Zack. Und dann können wir auch schon nach da hinten. Ganz schön gespenstisch, dass hier einfach nichts los ist. So, die Kiste wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Beziehungsweise das Ding soll die Kiste mitnehmen. Nein, nehm ich doch mit. Nehm ich doch mit. Nein. Warum kann ich mich daran nicht festhalten? So. Ein großes Zahnrad. Wir wollen, denke ich mal, beide haben. Deshalb werden wir auch beide da runter schieben. Ah, ich bin so ein Dummbatz. So ein dummer Dummbatz. Das war ziemlich doof, glaube ich. Oder auch nicht. War gar nicht so schlecht eigentlich. In fact. Hehe, jetzt können wir beide mitnehmen. Na. Entschuldigung, musste mich an der Nase kratzen. Ja, toll, dass man das da runter schieben kann. Auf jeden Fall brauchen wir da auf beiden eins. So. Na. Na. Nein! Danke schön. So. Oh, yeah. Bei, at first try. Das war doch nice. Nein, 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 nein. Nein. So, wir lassen das Ding einfach schwingen Dann haben wir nämlich eine bessere Chance Nachher da wieder dran zu kommen Jawoll Nice Und flieg Dankeschön So, ich denke mal, wir müssen da runter, oder? Uh So, das schieben wir da rein Komm, 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 wie eine Kupplung Yeah Was passiert jetzt? Irgendwas, irgendwas Au, 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 verbrannt Aha, ich hab was Uncooles ausgelöst Oh Gott Alles bewegt sich Alles bewegt sich Oh, ich sollte hier weggehen Das fällt nämlich gleich rum Nö, aufpassen Ah, ich hab mein Finger verbrannt Scheiß Kippe Mann Oh, oh Oh, 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 oh Knappe Geschichte Nein, nehm ich mit Aha Okay Okay, denke Wir müssen hier lang Achso, okay, okay So Wichtig ist jetzt, dass wir von dieser Stelle aus hier Oh Gott, na los Müssen wir es hier hinschieben Nein, nein, nein Nein, nein Killed Sack Tickle Hinschulde Hinschulde Nein Nein Falsch gesprungen So, bitte Sprung und hoch Und da lang Jawohl Gut Guter Witz Guter Witz Okay Alles dreht sich Und das ist echt gerade ziemlich laut auf meinem Headset Dabei hab ich's gar nicht so hoch gestellt Und ich glaub, ich bin einfach nur zu leise gehalten Nein, spring doch ab Ach, du Idiot Du Idiot Du dummer Idiot Du kleiner, junger Idiot Depp Menro Meh Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott Ach Gott, so schwer ist das doch nicht So schwer ist das doch wirklich nicht Na, spring doch Kerle, 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 Kerle Warum, warum muss das Spiel eigentlich so viele Fallen haben Das ist doch unfair Gut Nein, nein, nein Warum ist der da runtergeklettert Just for the Lulz Just for the Lulz Ich weiß es ganz genau Just for the Lulz Nein Nein Oh Gott, ey Ich werde an dieser Stelle hier gerade verzweifeln Wird mir ja geisteskrank dabei Ehrlich Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka Macht's im Hintergrund Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka Tod überall Äh, willst du dich mal bewegen? Dankeschön So, einfach stehen bleiben, danke Einfach weiter rutschen Rutsch weiter Gut, was muss ich tun? Was muss ich tun? Und rutschen Gott So, hier dran erinnere ich mich noch Das kann mich erschlagen Das will mich aber gar nicht erschlagen Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Da kommt gleich eine dicke Kugel angerollt Und tötet mich Ja, das wusste ich doch Doof So, wenn das da runter kommt Müssen wir es abfangen und wegschieben Na los, na los, na los Beeil dich, Little Kid Kid Kid, beeil dich So An die Kante Und springen Nice Sehr gut Durch das Drehen kommen wir da nämlich an Und durch ein Schmetti-Ling Ein kleiner Schmetti-Ling So, da wollen wir mitfahren Was Oh nein Oh nein Da Mädchen Sein Nein Stopp Umdrehen Los Dreh dich Sofort um Nein Na gut Du hast es ja nicht anders gewollt Wir latschen jetzt einfach mal in diese Richtung hier Da ist eine Lampe Und Schwupp Andere Richtung Los, lauf Sprung Sprung Los Will das kleine Mädchen erreichen Zur Hölle Das war aber vorhin noch nicht da Okay Ich hab schon so ne Ahnung Was ich hier tun muss Durchlaufen war's nicht Doch, durchlaufen war's eigentlich Aber Nicht so wie ich das machen wollte gerade Lauf Gut, ich muss auf jeden Fall da dran springen Wenn's gerade runter kommt Das heißt Das hier ist nicht so gut Ja, dann bleib erstmal dran hängen Die andere Richtung kann ich ja gerade eh nicht So Ah Nein Gut, 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 gut Das ist perfekt Ja Suck a bitch Suck on that Ich bin der Duke Nukem des Limbo Hell yeah Alles klar Wir werden sterben Wir werden sterben Wir werden ganz besonders fies sterben Wow Wow Yeah Nice Das hat auch sofort geklappt Just for the Lulz Ach, hör auf Das ist ja ein Doppelpuzzle Nee So Erstmal stopp Gut Ähm Noch mal ein Stück runter, bitte Nein 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 So Nein No Okay, das hat eben irgendwie geklappt Ja Ja, Manns Immer noch falsche Richtung Finde ich jetzt aber doof Äh In diese Richtung muss es ja dann stehen Gut, dann lassen wir es noch mal ein bisschen Ach Gott, nein Ach Leck mich doch sonst wo Ernsthaft Nee Nee, das stimmt nicht Das stimmt einfach nicht Ich hasse es, wenn ein Rätsel nicht funktioniert Okay Okay Alles klar Und ich hasse es, wenn das nicht funktioniert, was ich da gerade machen will Na los Spring Und spring Yeah Gut Gut Sehr gut Sehr gut Ah, ah, ah Kleinen Moment Da hat mich der gute Kalender angerufen Mitten in der Aufnahme Mep, mep, mep Äh, haha Und dann sterbe ich auch gerade noch Ich glaube es ja nicht Oh Gott So Jetzt, äh, ich weiß, was ich tun muss Erstmal wollen wir uns jetzt hier drüben umgucken Um zu sehen, was wir alles erreichen können Wir sollten das hier Vielleicht Mal So ein Stück nach da ziehen Äh, so nach hier so Nee, nach hier so Haha Weil der nämlich, glaube ich, anfängt zu fahren Das wäre natürlich doof Wenn dann mittendrin auf einmal Nee, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich das wollte, glaube ich Nee, nee, nee Nee, nee, nee Nochmal schieben Nochmal schieben Und zwar so hier Dann kann der ein bisschen Speed sammeln Dann müssen wir das hier anmachen Ich hoffe, er kommt dann jetzt weit genug Und warum zur Hölle ist es wieder runtergefahren? Halt Jetzt muss, das muss ich, das muss ich überdenken Kann ich den so schneller machen? Not really Not really Not really So, das müsste aber jetzt klappen Das müsste klappen Nein, das klappt nicht Nein Verdammt Why you know, Function Taktik Why you know, Function So Es war auf jeden Fall der richtige Gedanke Spring Sehr schön Jetzt hat's geklappt Oh Das macht mich traurig Gut Meinetalben Dann so So Perfetto Dann wir können dranspringen Runterspringen Und dann sind wir fertig Fünf Riesen Für halb Tag Arbeit So Und Sprung Und warten Und warten Und warten Und warten Und los Und Ja Komm 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 Ja Huhu 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 Und es war Millimeter Arbeit Ahu Scheiße So Ähm Ja Das ist jetzt gar nicht so leicht gewesen Glaube ich Wir fahren durch die Dunkelheit Los, 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 los Das war ja der Hammer Oh Gott Du Scheiße Das war knapp Call Halt, äh, reinspringen, fast den Kopf abquetschen Nein, 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 aber das war schon mal gar kein schlechter Gedanke So, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich Und hoch und da hoch Jetzt, lauf, 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 spring Oh, und jetzt dreht sich's Jetzt, jetzt drehen wir uns Jetzt dreht sich's Und ich hab kein Licht Ich seh nichts Ich seh nur, wo meine Augen hinlaufen Okay Kurz, kurz stehenbleiben Will nicht in irgendeine dumme Falle laufen Oh Piss, oh Piss Bin in eine dumme Falle gelaufen Nein, 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 nein Fuck, ey. Das ist ein Fakt, dass ich so spiele, mit einem großen Rage-Faktor spiele. Ganz ehrlich. So, ich denke, es geht jetzt immer weiter auf Silvester zu... Nein, 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 nicht wieder reinlaufen. So, kurz warten. Und Sprung. Yes. So, das ist precarious. Das ist sehr precarious. Okay, okay. Oh Gott. Dachte, ich muss jetzt sterben. So, die Lampe leitet uns den Weg ein bisschen ab. Oh, knappe Geschichte. Oh. Lauf, 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 lauf. Und wir machen noch eine kurze Pause. Bis gleich. Diese ständigen Unterbrechungen gehen mir langsam auf den Piss. Ach, und jetzt haben wir hier Maschinengewehre. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Ja, das hat ja gar keinen Sinn. Ich weiß aber, wie man das macht. Ich bin ja nicht doof. Ich bin zwar vielleicht ein bisschen dümmlich, aber nicht doof. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Okay, richtig war das auf jeden Fall schon mal. Jo, perfekt. So muss das laufen. Du kannst gerne so viel feuern, wie du willst. Das ist mir jetzt gerade egal, denn ich bin weiter. Ich bin gut. So, hier haben wir das nächste Physikrätsel. Physik. Nö, das ist falsch. Das ist ganz falsch. Ganz falsch. Aua. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Das ist in Ordnung so.